Moins Leute, herzlich willkommen, hier ist der Eurobaz, mal wieder seit langem ein Video von mir. Der ein oder andere hat es ja mitbekommen, mein Account wurde gehackt. Irgend so eine Drecksau, war der Meinung hier ein bisschen mich ärgern zu wollen. Hab mal bei Ritter, Edge, Kech gehabt, wer auch immer was war. Ja, wir spielen Play What I Say, mit hier schön, deshalb Eagle Akimpo for the win, wurde sich oftmals gewünscht. Hab auch ganz viele Manningkicken dabei, das nahm ich nicht vorlesen. Ich glaub, jeder hasst diese Waffe, vor allem im Akimpo. Ähm, ja, ihr wisst ja wie es läuft, hier es geht nur Only Headshot, das heißt hier, die Eier sind geschützt, die Eier sind geschützt, die Eier sind geschützt, aber der Kopf wiederum nicht. So, mit Anfang. Uh, dreifach Abschuss. Oh, fuck ey. Oh, so nicht Hubo. Messern war verboten. Ja, Messern ist verboten, ihr habt aber noch eine hübsche S-Mine dabei, die könnt ihr, wenn ihr wollt, auch nutzen. Könnt ihr mal am Anfang einfach schmeißen. Oh, oh. Autsch. Ah! Loll. So, ich tu'n hier mal so rum, da wird man ganz schön dumm. Fangen! Fang die S-Mine. Keiner fängt meine S-Mine. Ach, verdammt. Bumm, hat noch einer gefangen. Ups, hab dich. Oh, scheiße. Äh, hab mal ne Frage an euch, was haltet ihr denn so von Hackern? Scheiße. Haben keine Eier. Scheiße. Das sind geile Lutscher. Das sind die besten, die größten Penisse, ne? Auf jeden Fall. Ich hab mich mit meiner eigenen S-Mine getötet. Ah, scheiße. Loll. Oh! Hab dich. Ja, sag doch mal in Ruhe nach, hier, du Typ, ey. So. Das ist ja leichter, als ich gedacht hab. Ah, verdammt. Ja, ich hätte es mir auch gerade ein bisschen schwerer vorgestellt, aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann kriegt man sogar. Kartoffel, Bambi, so dass jemand in der S-Mine ist. Oh, die Krampi. Ah! Nee, dafür gibt's ja Leon Burger. Warum fällt der nicht rum? Geht doch. Flieg doch um. Ey, ich hab die S-Mine getötet, die Linie ja überall. Ja, das ist auch Sinn und Zweck der Sache, ne? Ich ring mich gerade richtig auf. Mh. Das ist aber jetzt uncool. Wo steh ich denn? Auf dem zweiten Platz. Das ist doch nicht. Ey, was ist das denn für ein Dreck? Also Leute, falls ihr mal Probleme habt, dass euer Account aus welchem Grund auch immer nicht mehr von euch zugreifbar ist, da gibt's ne ganz... Ey, da hat jemand eine Granate geworfen. Ne ganz... Achso, das hat keiner eine Granate geworfen. Ihr habt Batyrium dabei. Nur mal so rein informativ im Raum geschmissen. Habt ihr mal ein Problem mit eurem Steam-Account? Ist das alles kein Problem? Ihr kriegt den von Steam wieder, wenn ihr nachweisen könnt, dass der Account auch euch gehört. Und das kann man am besten so verstehen, dass man... In der Regel hat sich irgendwann mal irgendwer mindestens ein Spiel original im Laden gekauft. Ne? Ja. Hat man in der Regel. So, und das ist quasi dein Nachweis. Da steht ja ein Key drauf. Diesen Key musst du nur abfotografieren. Und dann dir einen Support-Account erstellen bei Steam. Ähm, dann musst du dieses Bild... Ey, Messern ist verboten! Nein, Messern ist verboten! Dann musst du dieses Bild einfach nur da einschicken quasi. Mit so einer bestimmten Referenznummer, die du vorher bekommst. Und dann hast du in der Regel innerhalb von drei Tagen dein Account wieder. Das ist also eine ganz easy Sache. Weil ich hab ganz, ganz viele Leute schon gehört, die gesagt haben, ja, mein Account wurde gehackt und ich krieg den nicht wieder und jetzt muss ich mir alles neu kaufen. Das ist so nicht richtig. Ihr könnt den immer wieder bekommen. Ja, du... Ja, es kann mal länger dauern, es kann mal schneller gehen, mal langsamer gehen. Da halt man mal eine Essmine fest. Warum geht ihr nicht hoch? Geht doch. Meine Fresse, ey. Ah! Ach, scheiß, die Wandern. Bin ich wieder tot hier, ey. Das gibt's doch nicht. Toll. Na, stirb doch! Ey, das gibt's jetzt wirklich nicht. Ich durfte mich um die Essmine trüfen. Fuck. Ey, trüft mich hinlegen. Ach, verdammt. Ich mag Züge. So, der, derjenige, der als erstes 30 Kills gemacht hat, der hat gewonnen. Nur mal so beiläufig in den Raum geschmissen. Ich glaube, Walter gewonnen hat. Nein, kommt schon. Ich höre auch schon Musik. Na, wo sind denn die ganzen Bösen hierher? Was? Was ist denn keiner von mir töten lassen? Ah, geh sterben! Okay. Drum, geh nicht so hin. Ich treffe doch nicht. Halt doch mal still. Wir sind dann ja dauernd weg von mir. Genau vor mir steht der. Jetzt treffe ich den Erste. Boah! 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 Was war das? Was war das? Ypsilomine. Ach! Grumpy, was sollen das? Ich geb dir mit dem Makin und Hedge, du gehst nicht weg. Nein, du auch nicht. Na komm, kratsch mal ab, ey. Ohohohohoho, Natyrium! So, ich geh jetzt auch, komm schon. Brot hat gemesselt. Hopp, der schießt denn da auf mich. So geht das aber. Nicht hier. Na, hab nur einen mitgenommen. Alter, ich bin halt schon abgerutscht. Ich lebe mich noch so schön weit oben. Oha! Jetzt bin ich voll weit unten, ey. Boah, Kloslack! Naja, 21, 12. Oder Dritter. Ja, 20 Kills. Nicht so schick. Wollt ihr eine Revanche? Ja. Wollt ihr eine Revanche?